Hallo und herzlich willkommen zur Winterpause in meinem Podcast Burnout von der Leichtigkeit des Seins. Über Weihnachten hat mich die Grippe erwischt, wahrscheinlich hörst du das auch ein bisschen, aber dir ein paar Weihnachts- und Neujahrsgrüße mit auf den Weg zu geben, lasse ich mir natürlich trotzdem nicht nehmen. Ich liebe die Zeit zwischen den Jahren. Die Zeit mit der Familie, die Zeit des In-sich-Gehens, des Resümierens über das letzte Jahr. Und des Pläne-Machens für das neue Jahr. Eine Übergangszeit. Und dafür habe ich dir heute einen Ausschnitt mitgebracht aus einem Gedicht, was der Autor des kleinen Prinzen geschrieben hat und welches ich dir als Neujahrsgruß mit auf den Weg geben möchte. Ich bitte nicht um Wunder, Herr, sondern um Kraft für den Alltag. Mach mich erfinderisch, um im täglichen Vielerlei das Wesentliche im Auge zu behalten. Schenke mir das Fingerspitzengefühl, um herauszufinden, was erstrangig und was zweitrangig ist. Hilf mir, das Nächste so gut wie möglich zu tun und die jetzige Stunde als die wichtigste zu erkennen. Bewahre mich vor dem naiven Glauben, es müsste im Leben alles glatt gehen. Schenke mir die nüchterne Erkenntnis, dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Rückschläge eine selbstverständliche Zugabe zum Leben sind, durch die wir wachsen. Erinnere mich daran, dass das Herz oft gegen den Verstand streikt. Schicke mir im rechten Moment jemanden, der den Mut hat, mir die Wahrheit in Liebe zu sagen. Bewahre mich vor der Angst, ich könnte das Leben versäumen. Gib mir nicht, was ich wünsche, sondern was ich brauche. Ich wünsche dir eine entspannte, erholsame Zeit zwischen den Jahren und einen guten Rutsch und Auftakt ins Jahr 2019. Deine Susi Deine Susi Deine Susi Deine Susi Deine Susi Vielen Dank.